Guten Morgen meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Heute ist Montag. Ich fange einen neuen Wochenvlog an oder so. Ich filme euch jetzt die nächsten Tage wieder mit, wie ich das so immer mache und dann schaue ich was bei rumkommt. Auf jeden Fall habt ihr gerade gesehen, ich packe gerade die Pakete, also habe schon alles gepackt. Ein Paket hatte noch gefehlt, denn ich gehe jetzt gleich zur Post und schicke wieder die ganzen Sachen weg, die ich euch auf Vinted verkauft habe. Ihr könnt mir dort gerne folgen, ich heiße dort Hanna Zauko. Einfach klein und zusammengeschrieben. Ich lade dort immer zwischendurch neue Sachen auf Vinted hoch, also alles was ich verkaufen möchte, an Klamotten. Das sind die ganzen Sachen. Ich halte das mal hier oben so zu. Das sind so viele Briefumschläge. Deswegen mache ich mich jetzt gleich direkt auf den Weg zur Post und wollte dann noch eben Pfand wegbringen und einkaufen gehen. Ich glaube aber, das mache ich erst später. Also einkaufen gehen und Pfand, mein Auto steht so weit weg und ich muss erstmal da hinlaufen und den ganzen Pfand dahin zu tragen und die Pakete, glaube ich, ist ein bisschen problematisch. Diese Woche beginnt auch was Neues, Großes für mich. Eigentlich wie so ein neuer Lebensabschnitt, wenn man so sagen kann. Und zwar beginnt heute mein Studium bzw. Vorlesungsbeginn ist erst am 11.10. Heute ist der 4.10. Aber heute beginnt diese Organisationswoche, Kennenlernwoche. Also heute beginnt es eigentlich so, dass man die Leute kennenlernt, dass man da hingeht. Ich bin ein bisschen nervös. Ich werde später dann noch mal im Vlog ein bisschen was dazu erklären, was ich jetzt studiere und wie ich darauf gekommen bin, ob es wirklich das ist, was ich machen will oder nicht. Ich nehme euch auf jeden Fall in diesem Vlog mit, so bei meinen ersten Unitagen. Zeige euch, was ich anziehe, was ich so mache die Tage über und genau. Ich melde mich jetzt auch mal wieder. Wir haben jetzt ein bisschen später, wir haben jetzt halb zwei und ich hatte gerade so einen Uni-Informationscall. Der war jetzt nicht wirklich informativ, da ging es einfach so Maskenpflicht und so weiter. So ein paar generelle Infos für die ganzen, also für das ganze neue Semester. Da waren noch so viele Zuschauer in diesem Stream. Aber ja, es war halt irgendwie so für alle, glaube ich, halt einfach so generelle Infos. Morgen habe ich noch mal einen anderen Call, wo es dann generell nur um meinen Studiengang geht, wo wir dann alles erklärt bekommen, glaube ich, was so den Stundenplan betrifft, weil ich habe jetzt halt noch keinen Stundenplan und gar nichts. Ich sehe gerade auch mein Kameraakku ist leer. Ich wollte nur erzählen, ich fahre jetzt zum Hellweg, denn ich brauche einen neuen Wasserhahn für meine Küche. Brauche ich schon seit drei Monaten, habe ich mich aber jetzt bisher noch nicht darum gekümmert, war ich jetzt echt ehrlich gesagt zu faul. Aber das brauche ich auf jeden Fall und deswegen fahre ich jetzt zu Hellweg und hole ein. Ich bin home. Ich habe so viel eingekauft. Erstmal bei Rewe. Das ist alles von Rewe. So unglaublich viel. Dann das von Lidl. Und diese Armatur habe ich jetzt gekauft für hier. Die ist nämlich kaputt, habe ich erklärt. Man sieht es zwar nicht so, aber die ist auf Monaten da unten in so einem Eimer. Die hat auch 90 Euro gekostet. Nice. Das ist der Kühlschrank vorher, wie ihr seht. Very empty. Nicht so viel drin. So, das ist mein Nachher. Wenn ihr den noch nicht probiert habt, probiert den auf jeden Fall. Gibt es bei Rewe. Ja, hier Eier hinten. Dann hier noch so Aufstriche. Und ich wollte mal die hier ausprobieren. Bin gespannt, wie die schmecken. Und hier ist noch der Rest. Ich werde heute Abend dann auch wieder Pasta kochen. Bin mal gespannt, wie das schmeckt. Ich wollte euch noch eben was erzählen. Und zwar kam letztens bei mir ein neues Paket an mit neuen Hüllen von Casetify. Ich habe so viele Fragen auf Instagram bekommen zu dieser Hülle. Ich hatte sie euch schon gepostet und man sieht sie auch ab und zu bei mir in der Story. Casetify stellt Handyhüllen her. Nicht nur Handyhüllen, sondern auch Airporthüllen, Mac-Hüllen, iPad-Hüllen. Ihr könnt da alles mögliche an Hüllen bestellen. Ich liebe die Hüllen. Ihr wisst, ich trage die schon sehr, sehr lange. Ich habe sie mir damals immer selber gekauft für mein altes iPhone 11. Und da hatte ich dann auch schon mehrere Hüllen von Casetify. Und ich habe auch für mein neues Handy jetzt einige Hüllen. Und ich dachte, ich zeige euch ganz kurz einfach mal die Hüllen, die mir so persönlich am besten gefallen. Das ist die Hülle, nach der ich so unglaublich viele Fragen bekommen habe. Ich verlinke sie euch gerne auch mal in der Infobox. Das ist die mit den kleinen Teddybären. Ich habe hier jetzt ein Ultra-Impact-Case drauf. Das ist quasi die mit diesen Bumpern an den Kanten. Das heißt, wenn ihr das Handy runterfallen lasst, es passiert einfach nichts. Die Hüllen sind so, so, so gut fürs Handy. Schützen das Handy so sehr. Eine Ultra-Impact-Case, die ich noch habe, ist hier diese mit den Schmetterlingen. Die ist auch super süß. Die erkennt ihr immer hier an diesen Kanten. Und Casetify hat wirklich eine so große Auswahl. Ihr könnt jeden Bumper so gestalten, wie ihr wollt. Das sind jetzt die normalen Impact-Cases. Das ist halt dann der normale Bumper. Ihr könnt dann die Farbe auswählen. Ihr könnt euer Motiv auswählen. Ihr könnt die auch, wie ihr hier seht, personalisieren lassen. Da habe ich auch zwei Stück. Ich zeige euch hier mal ganz kurz die Webseite. Das ist jetzt zum Beispiel die Tickethülle. Ihr könnt hier dann jeweils euren Bumper auswählen, welchen ihr bevorzugt. Und könnt euch hier auch mit MagSafe auswählen oder ohne. Ihr habt hier jegliche Optionen. Ihr könnt auch hier solche Glitter-Cases machen. Hier ist jetzt zum Beispiel die Case mit den Wolken. Das wäre jetzt für mein Handy, weil ich habe ja das schwarze iPhone. Könnt ihr natürlich euren Bumper auswählen. In Pink, in Weiß, in Schwarz, wie ihr das halt wollt. Ihr könnt auch so einen durchgängigen Hintergrund nehmen. Und ihr könnt hier zum Beispiel auch ganz einfach eure Hüllen selber customisen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel irgendwas draufschreiben, wie eure Namen. Ihr könnt die Texte unterschiedlich auswählen, wie es euch am besten gefällt. Hier könnt ihr die Schriftdaten auswählen, was euch am liebsten ist. Also ihr seht, da habt ihr so, so, so viel Möglichkeiten, das alles zu customisen. Natürlich hier auch wieder den Bumper könnt ihr auswählen. Und es gibt super, super viele Designs, die ihr schon von TikTok und Instagram kennt. Also es sind wirklich alles super, super bekannte Designs. Es gibt natürlich auch Designs, die man noch nicht so oft gesehen hat. Ich liebe die Hüllen einfach von Case Defy. Trage die auch am allermeisten an meinem iPhone, weil ich finde, dass die einfach super, super schön aussehen und noch gleichzeitig einen Krankenschutz bieten. Und eurem Handy kann gar nichts passieren. Ihr seht, an meinem Handy ist momentan nichts dran. Ich lasse mein Handy jetzt aus meiner Kopfhöhe einfach mal fallen. Und ihr seht, der Screen ist auf jeden Fall noch ganz und es passiert einfach nichts aufgrund von diesen Bumpern hier oben. Auf Instagram bekomme ich immer so, so viele Nachfragen von euch per direkt, wann ich endlich wieder einen neuen Case Defy Code habe. Ich habe vielen schon geschrieben, dass bald ein neuer Code kommt, denn der Code 15 Hanna Zauko gilt ab jetzt. Ihr könnt dann 15% sparen auf die Hüllen von Case Defy. Ich verlinke euch die Webseite mal in die Infobox und auch meine Teddyhülle verlinke ich euch mal, weil da wirklich so, so viele Fragen zu kamen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hüllen shoppen. Ich liebe die Hüllen und ich glaube ihr auch, weil ich kriege immer super viele Fragen. Guten Morgen! Heute ist Dienstag und ich mache jetzt meine Nägel. Deswegen bin ich excited. Also ich mache die heute selber. Wir haben jetzt gleich 10 Uhr. 13 Uhr beginnt mein Unicall. Gestern war schon so ein Informationscall für alle und heute ist ein Call für meinen Studiengang und dann setze ich mich später auch mal hin und quatsche mit euch ein bisschen über meinen Studiengang, was ich studiere. Ich erkläre euch ein bisschen, wie ich darauf gekommen bin, ob ich das machen will, wie auch immer. So sehen die jetzt aus. Sind halt schon, vor allem der Daumen ist halt schon sehr weit rausgewachsen. Das Schwarz ist vorne halt auch nicht mehr so ganz frisch. Also das ist mein Setup. Hier ist mein Fräser, meine Lampe. Ich habe hier meine ganzen Sachen liegen. Ich benutze hier so ein Rubber Gel. Das ist einfach so ein Rubber Gel von Jollifin. Das habe ich mir letztens neu gekauft. Die Regeln sind fertig. Ich zeige euch die mal. So sehen die aus. Ich bin immer nie so mega zufrieden, wenn ich mir die selber mache, weil es einfach nie so gut wird wie im Nagelstudio. Ich bin halt auch kein Nail Artist. Ich habe jetzt gerade kurz noch was begessen. Ich habe jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, bis mein Unicall beginnt. Um 13 Uhr fängt dann nämlich an. Muss ich gleich mal mein MacBook anmachen und die ganzen Seiten öffnen, die ich brauche. Ich wollte nämlich ganz kurz mal mit euch quatschen. Super, super viele Fragen, was ich studiere. Warum ich das jetzt oder warum ich noch nichts dazu gesagt habe, ist jetzt auch so eine Frage. Ich wurde halt erst vor drei Tagen immatrikuliert oder vier Tagen jetzt, fünf Tagen immatrikuliert. Das heißt, ich wusste irgendwie die ganze Zeit noch nicht, ob ich jetzt studiere oder nicht. Ich habe natürlich auch da angerufen und so weiter und mich gekümmert. Aber ja, die meinten einfach, das dauert und so. Und deswegen war ich die ganze Zeit so unsicher und habe auch nichts erzählt, weil ich halt dachte, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt studiere oder nicht. Ich weiß gar nicht, was ich mache. Ich hatte mich auf mega viele Studiengänge beworben und ich wusste auch echt nicht, in welche Richtung ich so gehen will. So Leute, wir sind, ich bin 19 und wo ich mich halt beworben habe, für die Studiengänge war ich auch noch 18 und so. Und ich denke mir so, woher soll man denn jetzt schon wissen, was man sein Leben lang machen will. So, das kann, das kann man nicht wissen. Deswegen war ich halt unnormal überfordert. Ich hatte auch das Gefühl, dass jeder in meinem Umfeld irgendwie einen Plan hat. Im Endeffekt studiere ich jetzt BWL. Ich muss noch ein bisschen lachen, weil es irgendwie so ein bisschen Klischee ist. Es hört sich so dumm an, aber ich wollte ja im Endeffekt am Anfang schon in die Richtung gehen und ich weiß jetzt nicht, ob BWL ein Studium ist, was mir gefällt. Ich meine, jetzt ist ja noch die beste Zeit, um sich auszuprobieren und neue Sachen anzufangen. Und im Endeffekt könnte ich auch Bachelor zu Ende studieren und dann nochmal was ganz anderes anfangen zu studieren. Im Endeffekt hat man jetzt noch die Zeit dafür. Ich nehme euch natürlich auch bei meinem Studium so ein bisschen mit, weil ich ja eh vlogge. Ihr werdet das eh mitbekommen. Ich werde auch, ja, ich gucke mal, wie ich jetzt die Zeit dafür habe, für Videos und so. Ich werde auf jeden Fall versuchen, weiterhin so aktiv zu bleiben, wie ich jetzt momentan bin. Das ist auf jeden Fall mein Wunsch. Ich habe jetzt auf jeden Fall gleich den Uni-Call. Der soll wohl zwei Stunden gehen ungefähr. Und morgen und Donnerstag habe ich dann tatsächlich Präsenzunterricht an der Uni. Und da werden wir rumgeführt und so weiter. Ist alles so ein bisschen chaotisch und keiner weiß so richtig, wo man hin muss und wie das alles abläuft. Aber ich hoffe, dass ich das alles noch kläre. So, der Call ist jetzt vorbei. Der ging jetzt von 13 Uhr bis halb vier ungefähr. Also lange. Ich falte jetzt gleich mal die Wäsche. So mache ein bisschen Haushaltssachen und lege schon mal mein Outfit für morgen raus. Ich musste mich um neun Uhr mich an einem bestimmten Gebäude dort mit meiner Gruppe treffen. Und ich habe gar keine Ahnung, wo das ist. Also ich kenne mich schon hier ein bisschen aus in meiner eigenen Stadt. Aber ich weiß nicht, wo ich da parken soll und so weiter. Weil das ist halt so, Uni ist halt so groß. Und das Ding ist, auch in meiner Gruppe sind einfach nur Jungs und ein einziges Mädchen. Ich habe das Gefühl, in meinem BWL-Studiengang sind richtig viele Mädchen. Also ich habe schon mit vielen so geschrieben und wir haben auch so eine WhatsApp-Gruppe und so weiter. Ich habe das Gefühl, da sind sehr viele Mädchen. oder die Jungs sind einfach nicht so kommunikativ. Aber ich bin auf jeden Fall in meiner Gruppe. Wir hatten ja gerade den Zoom-Call und so. Das waren einfach nur Jungs und ein einziges Mädchen, mit denen ich dann am Morgen rumlaufe. Ich bin echt gespannt. So, erster Unitag. Ich bin ready. Ich muss mich auch jetzt schon richtig beeilen. Ich zeige euch mal hier mein Outfit. Ich weiß nicht, ob man sie besser sieht. Ich habe meine Mom-Jeans an von Stradivarius Air Force. Basic as fuck. Aber ich wollte halt einfach bequem sein. Und ich meine, was soll man sonst anziehen? Da habe ich ein T-Shirt an. Das ist von Sarah. habe ich noch relativ neu. Das sitzt einfach so ein bisschen enger und passt echt gut. Habe ich erst letzte Woche gekauft. Und diese kleine Strickjacke, weil es irgendwie voll kalt draußen ist. Zu essen habe ich jetzt zwei Laugenbrezel aufgebacken. Gestern Abend schon. Also normalerweise laut Dantutor geht der Plan heute so ungefähr aller spätestens bis 16 Uhr. iPad habe ich auch mitgenommen, obwohl ich glaube ich heute noch nicht brauche, sondern erst morgen. Weil morgen, glaube ich, geht es erst um Stundenplan und Prüfungen und so weiter. Hi Leute! Ich melde mich jetzt wieder. Wir haben jetzt halb fünf. Ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen. Also heute war der Tag echt lang. Wir hatten von neun bis kurz nach drei. Aber es war echt cool. Also erster Unitag ist quasi jetzt abgeschlossen. Ich war dann noch ganz kurz im Limbecker Platz nach der Uni und habe eine Kleinigkeit geholt für meinen Papa. Der hat nämlich am Freitag Geburtstag und da sind wir auch eingeladen. Dann war ich noch kurz bei Rewe, habe mir noch einen Red Bull geholt. Der ist jetzt auch leer. Ich habe noch zwei Donuts geholt für meinen Freund und mich später. Dachte ich, bringe ich mal mit. Das ist ganz süß. Ich bin irgendwie ein bisschen kaputt, weil das war jetzt so das erste Mal wieder nach Monaten gefühlt, dass ich richtig so, ja, das war auch irgendwie so, das so wird sich so konzentrieren zu müssen. Also wir hatten heute so eine kleine, also unser Tutor hat uns erstmal so abgeholt. Dann haben wir uns, haben wir uns so ein Check-in gemacht. Und man braucht halt jetzt so ein Check-in. Das war quasi so ein Ding, womit man überall in alle Gebäude reinkommt. Und da ich ja geimpft bin und so, hält das dann bei den Leuten, die geimpft sind, ein Jahr lang dieses Check-in, glaube ich. Und die, die halt getestet sind, müssen halt alle 48 Stunden sich einen neuen Check-in besorgen, quasi mit einem neuen Test. Dann hatten wir so eine kleine Uni-Rundführung. Also, ja, sind da ein bisschen rumgelaufen. Da hat uns ein bisschen so die Gebäude gezeigt. Ich meine, dass man sich da zurechtfindet, wird, glaube ich, noch echt lange dauern. Aber ich glaube, das geht allen so. Mein Problem ist halt irgendwie, ich habe halt noch keinen Studentenausweis. Übernehme ich heute auch in dieser Mensa was essen. Und das war echt geil. So, die Sachen sind alle richtig günstig. Und da gibt es voll viel Auswahl und echt coole so Essenssachen. Und da gibt es halt auch überall Kaffeeautomaten. Das ist halt auch echt geil. Und Cafeterien, sowas feiere ich ja mega. Das wird echt geil. Ich werde mir selbst so viel da kaufen immer. Ich habe halt noch keinen Studentenausweis. Und alle aus meinem Kurs haben irgendwie einen, außer ich und noch ein anderer Typ. Und das ist irgendwie so ärgerlich, weil mit dem macht man da halt alles. Und da muss man halt Geld draufladen. Und dann kann man in der Cafeteria damit bezahlen. Man kann ja auch mit Karte so zahlen. Also mit Sparkassenkarte quasi. Aber das ist halt immer ärgerlich, weil ich habe halt keinen Studentenausweis, kriege quasi noch keinen Rabatt aufs Essen. Ich habe jetzt... Hi! Ich habe jetzt Dürüm geholt für uns, weil ich hatte heute keine Lust zu kochen. Wie immer. Sparsch. Ey, ich komme voll oft. Aber heute hatten wir halt Lust auf Dürüm. Einer kleiner für mich und eine große für die große Mann. Klar. Der ist auch dicker. Das ist ja noch eingepackt. Das sind die Donuts, die ich uns mitgebracht habe. Einmal Salted Caramel und einmal so ein All Black hieß der. So gefühlt mit Schokolade. Wir haben die so aufgeteilt, weil ich will mal, dass jeder von jedem was kriegt. Außerdem ein Thema, worüber ich noch mit euch reden wollte. Ich weiß nicht, ob euch jetzt so Uni-Content interessiert. Aber für die, die jetzt vielleicht auch das Abitur schreiben dieses Jahr oder halt nächstes Jahr im Sommer oder so, ist das vielleicht auch interessant. Oder die, die jetzt auch anfangen zu studieren. Ihr könnt mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich euch so ein bisschen bei meinem Uni-Content mitnehmen soll. Aber ich hatte euch gestern auf Instagram gefragt, ob ihr mir Planner empfehlen könnt. Und richtig viele hatten mir die von Lebenskompass empfohlen, oder? Ich weiß nicht. Ja genau, Lebenskompass heißt die Seite. Hier gibt es halt Planner in Papierform und auch in digitaler Form. Und ich versuche oder habe jetzt die letzten zwei Tage ein bisschen überlegt, ob ich mir so einen digitalen Planner holen soll oder ob ich mir einen Papierplanner kaufen soll. Weil richtig viele hatten halt bei meiner Instagram-Abstimmung gesagt, dass sie lieber Papier nehmen würden. Aber ich hatte auch mit ein paar von euch geschrieben, die das auch übers iPad machen. Weil im Endeffekt mache ich für die Uni eh eigentlich alles mit dem iPad auf GoodNotes, also meine ganzen Notizen und alles mögliche. Und dann wäre es halt praktisch, wenn ich dann auch den Planner auf dem iPad habe. Aber andererseits denke ich mir so, es ist auch irgendwie praktisch eine Sache auf Papier zu haben, weil ich habe das Gefühl, wenn ich da das dann eintrage und auch abhake, fühlt es sich irgendwie besser an. Das weiß ich, was ich meine. Guten Morgen ihr Lieben, wir haben jetzt 8.50 Uhr. Ich bin jetzt schon so ein bisschen auf dem Sprung. Heute hatte ich ein bisschen mehr Zeit, habe auch ein bisschen länger geschlafen, also bis 8 Uhr, wie ich halt auch immer so geschlafen habe vor der Uni. Deswegen war es heute voll die gute Zeit für mich zum Aufstehen, weil gestern musste ich ja eher aufstehen und dann bin ich wieder so, gestern war ich wieder ein bisschen aus meinem Rhythmus raus. Ich habe mir jetzt heute mal so einen Zopf gemacht, weil meine Haare waren jetzt nicht mehr so frisch, aber ich hätte sie auch noch offen tragen können. Ich habe gestern mich schon dazu entschieden, dann einen Zopf zu tragen und wenn ich einmal dann einen Zopf gemacht habe, dann kann ich die auch nicht mehr offen tragen, weil die dann so komisch aussehen. Heute machen wir ja nur Modulhandbuch und Stundenplanbesprechung. Da habe ich dann quasi nur von 10 bis 13 Uhr heute, also ungefähr bis 13 Uhr und dann um 15 Uhr ist eine Online-Rallye, also mit so Spielen. Da nehme ich aber nicht dran teil, ich habe gestern schon abgesagt, quasi das ist jetzt nichts Pflicht, also kein Pflichtprogramm, da kann man aber dran teilnehmen, soll wohl ganz lustig sein. Ich habe gestern schon meinem Tutor gesagt, dass ich nicht dran teilnehmen kann, weil ich 16 Uhr einen Arzttermin habe, das heißt ich fahre eine halbe Stunde zum Arzt, das heißt ich könnte nur eine Viertelstunde an dieser Rallye oder so teilnehmen online und das macht dann auch irgendwie nicht so Sinn. Deswegen habe ich schon abgesagt oder Bescheid gesagt, dass ich nicht mit dran teilnehmen kann. Ich bin mal gespannt, wie mein Stundenplan sein wird und wie ich dann nächste Woche ja so Vorlesungen und sowas habe. Ich schminke mich jetzt erstmal, mache mich erstmal fertig, ich muss so ungefähr in einer halben Stunde losfahren. So, ich bin fertig und ich mache noch eben Parfüm drauf. Das ist mein Outfit für den zweiten Unitag, einfach ein Pullover, also es ist jetzt kein Pullover, sondern so ein Sweatshirt mit einer schwarzen Topshop-Jeans. Unter dem Pullover auch noch ein Oberteil, weil es 8 Grad raus ist und das Leute, können wir das mal festhalten, es ist auch so neblig, ich weiß auch gar nicht, was hier schon wieder passiert, aber Herbst kommt und ich liebe es, also ich finde es so gemütlich. Aber 8 Grad sind, ist einfach kalt. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Art von Content auch gefällt. Ich dachte, es wäre ganz interessant vielleicht für euch, für die, die jetzt auch gerade anfangen zu studieren oder so, dass ich euch ein bisschen so bei meinen ersten Unitagen mitnehme. Ich hoffe natürlich, das interessiert welche von euch. Es wird natürlich jetzt nicht nur ausschließlich Lern-Content oder so kommen, aber wenn ich vlogge, ihr werdet es wahrscheinlich eh ab und zu dann mal so mitbekommen. So, das ist jetzt mein Outfit. Ich habe jetzt meinen Trenchcoat angezogen. Ist jetzt zwar nicht so krass warm, aber ich hoffe, das reicht. Später wird es auch noch ein bisschen wärmer als jetzt. Mein Pullover-Jeans ist von Topshop. Pullover ist schon so alt, ich weiß gar nicht, woher der ist, keine Ahnung. Glaube aber Pull&Bear. Und Trenchcoat ist von Stradivarius, den ich euch in meinem letzten Vlog irgendwann gezeigt hatte, den ich neu habe. Liebe den, finde den richtig, richtig schön. Und weil so viele Fragen auch dazu kommen, werde ich euch den bestimmt auch noch mal in meiner Insta-Story verlinken, weil unterm letzten Vlog haben auch noch mal welche gefragt. Und in meiner Insta-Story kann ich immer alles so perfekt verlinken, was ihr wissen wollt. Deswegen schaut gerne auf Instagram vorbei, da werde ich den bestimmt noch mal in der Story posten. Und Tasche kriege ich immer ganz, ganz, ganz viele Fragen zu. Ist von H&M, aber schon extrem alt. Die ist auch sehr groß, da passt auch alles rein. Und die nehme ich immer mit. Also die habe ich auch mit zum Shoppen gehen und so weiter, wenn ich keine, ja, Tüte kaufen will. Die hat damals 40 Euro gekostet. Die hat so eine kranke Qualität, Leute. Wie lange die schon hält. Ich habe wirklich, glaube ich, die letzten, die ganzen letzten Oberstufenjahre, ich glaube drei Jahre Schule mit da durchgemacht. Alles, Bücher, alles da mitgeschleppt. Und die ist immer noch gut. Ich werde den Vlog dann auch an der Stelle einfach mal beenden, weil ich den später noch schneiden will. Und genau, heute passiert auch dann, denke ich mal, nichts mehr Spannendes. Alles weitere, wie es jetzt weitergeht mit meiner Uni oder wie auch immer, was euch interessiert, werdet ihr eh alles im nächsten Vlog oder in Zukunft erfahren. Deswegen folgt mir gerne auf Instagram. Dort nehme ich euch eh immer täglich mit. Könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren. Ist kostenlos. Dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.